POH! Hohoho! Babaaaah... Aaaaah! 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 Dann richtig die Runde durch, wir resieren die Runde durch Wir haben wieder eine kleine Im Team! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars Denn ich schaue... Wieso ist das meine Kiste okay? Nein! Du hast die letzten auch nicht! Das ist meine! Richtig. Tschüss! Ich darf jetzt warten! Bitte! Jetzt warten! Du wichst! Danke! Wolle mich hier raus! 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 Ich hab ja nichts um mich rauszuholen! Also wir sind auf jeden Fall beide voll leer! Ist nice! Wolle mich hier! Er findet aber halt auch wirklich nie was! Er hat immer die größte Scheiße! Die ich jetzt sprengen soll! Ich dachte das ist was weltbewegendes! Sie haben die Kiste auf jeden Fall halt gelütet! Ja also ich würd sagen! Wir haben auf jeden Fall die Kiste gelütet! Und weil wir die Kiste gelütet haben Der meinte ja! Ich soll ein bisschen an meinem Akzent peilen! Und das habe ich hiermit getan! Und ich würd sagen! Dass der Akzent jetzt mittlerweile ein bisschen professioneller gefährdet ist! Und da die Sachsen ja einfach nicht so ein Ö und ein Ö aussprechen können! Habe ich das einfach auch mit dem Ö und Ö und dann übernommen! Also übernommen! Weil übernommen geht ja nicht! Das ist ja übernommen! Was mache ich eigentlich das Koffer dahin wenn er eh sowieso daneben springt? Naja weil er hatte Wasser! Halt doch nicht überhaupt! Ganz klasse! Ganz klasse! Ist der denn behindert? Oh Gott! Er hat getötet dich! Digga! Was machst du denn? Er ist tot! Du bist so dumm! Du bist so dumm! Hä? Was ist... Was war das? Er hat's überlebt! Nein! Ja doch er hat's überlebt! Nein! Ich hab zwei Enderperlen! Also vielleicht hättest du einen davon abbekommen! Aber du wolltest ja gehen! Ja! Ja ja! Ich hab ja Enderperlen! Ja! Ja ja! Ich hab ja Enderperlen! Eins, zwei, drei, vier und fünf und sechs! Der Sonny ist verhext! Da 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 da! So wie gesagt! Komm noch rein ins nächste Video! Diese Sache hatte gerade zwei! Also dreimal zwei! Zwei Kill! Zwei Vollidioten! Die in einem Loch hocken! Und irgendwelche Kisten klauen wollen! Und zwei Tore von Nico! Also zwei potenzielle! Ich geh noch nicht sagen! Aber das ist in dem nächsten Video! Und tschüss! Tschüss! Das kommt ja natürlich nicht lustig! Haaaah! Haaaah! HSB 5 Tablet